Wieder bogen sie um eine Ecke. Dort befand sich eine Sackgasse, die einen Raum bildete. Ein Raum, der aussah wie eine auf den Kopf gestellte Schale. Am Eingang dieses Raums lag ein Mann mit ausgestreckten Armen auf dem Bauch, wahrscheinlich ein Bergmann. Neben ihm lag seine Spitzhacke. »Hey, ist alles in Ordnung?« sprach L. ihn an. Der Mann hob sein Gesicht. »Verdammt, mein Bein!« L. warf einen schnellen Blick auf das Bein des Mannes. Es gab hier nur eine Handlaterne, die von der Decke herunterhing. In ihrem schwachen Licht konnte man nur etwas erkennen, wenn man die Augen sehr anstrengte. Das Bein des Mannes war von einem durchsichtigen, wabbeligen Schleim bedeckt. Es sah aus wie Gelee, das den rechten Knöchel umgab, als hätte er einen durchsichtigen Stiefel an. Aber das Gelee dehnte sich von den Zehen aus. Ein schmaler Streifen erreichte eine Wasserpfütze, die sich etwa in der Mitte des Raumes befand. Es hatte den Anschein, als ob der Mann den Fuß in eine gallertartige Masse getaucht hätte, die danach heruntergelaufen war. Eine Wasserpfütze? Ein verkrampftes Stöhnen brach aus ihres Kehle, die hinter L. stand. L. tritt sich um und merkte, dass sie am ganzen Körper zitterte. Mit der Hand strich sie sich nervös über ihren Arm und flüsterte. »Ich kann diese Dinge einfach nicht leiden. Ich fürchte sie wie die Pest, die Wesen ohne Beine.« Sie machte wirklich eine erbarmungswürdige Miene. L. erinnerte sich, dass sie auch immer ein solches Gesicht gezogen hatte, wenn er in Gusterberg Würmer erlegt hatte. »Das ist ein Wesen, meinst du?« Als L. seinen Blick wieder auf den Mann richtete, registrierte er, dass sich das Gallert von seinem Bein gerade ablöste. Es bewegte sich. »L!« Auf ihres Warnung reagierte er gerade noch rechtzeitig. Das Gallert, das sich vom Bein des Mannes löste, bog sich wie eine Peitsche, schnellte in die Luft und griff L. an. Das schleimige Zeug peitschte auf den Schild, den L. gerade noch vor sich halten konnte. Ein Teil des Gallert-artigen Körpers platzte und die darin enthaltene Flüssigkeit spritzte auf L. Der Schmerz lief über seine Haut. Ein Teil seiner Kleidung war geschmolzen. Die Säure. Erschrocken trat er mehrmals auf der Stelle. Seine Schuhe konnten keinen festen Halt finden, da der Boden rutschig war. »Es ist eine Riesenarmöbe!« schrie Iris den Namen des Monsters, das der Gattung der Slime angehörte. Dabei handelte es sich um Gallert-artige Wesen, die ihre Beute schmolzen und so in ihren Körper aufnahmen. Die Kleinen wurden »fiese Fresser« genannt, die größeren Riesenarmöbe. Bei Iris' Worten landete L. auf dem Hosenboden. »Mist!« Die Wasserfütze blähte sich auf wie ein kleiner Berg. Kaum hatte L. erkannt, dass einige Stellen an der Oberfläche bollenartig aufschwollen, bliesen sie sich schon weiter auf, wurden lang und schmal, formten sich zu Tentakel und griffen L. an. Er rollte sich herum, aber er konnte nicht entkommen. Von unten wurde er an der Hüfte gepackt. Sein Deterpanzer konnte ihn zwar schützen, aber die Kraft der Tentakel, die seinen Körper zusammenpressten, war extrem stark. An der Stelle, wo die Panzerteile sich überlappten, ertönte ein Geräusch. Dann hörte er, dass etwas brach. Für einen Moment gefror ihm das Blut in den Adern. Er dachte, es wären seine Knochen. »Hey, lass los!« L. wurde auf den Bauch geschlagen. Mit rotem Gesicht und zu Berge stehenden Haaren peitschte Iris mit ihrem Stock auf L.s Bauch ein. »Schlag bitte ein bisschen genauer!« Da er kaum atmen konnte, klang seine Stimme abgehackt. Er begriff, dass Iris versuchte, die Tentakel zu treffen. Offensichtlich sorgte sie sich um ihn. Ihre Augen sprühten vor Zorn. »Du verdammtes Biest!« Mit ihrem Stock drosch sie herum, als ob sie ihren Todfeind vor sich hätte. Die Riesenamöbel löste ihre Tentakel. Sicher hatte sie Angst vor ihr. Auch Elle hatte Angst. Er verstand jetzt was, Max mit seiner Bemerkung. Manchmal ist sie etwas unbedacht, gemeint hatte. Allerdings sollte er später noch erfahren, dass manchmal deutlich untertrieben war. Elle sprang auf und ergriff sein Schwert. Die Tentakel der Riesenamöbel, die eben noch hervorstanden, zogen sich wie eine Feder in den Körper zurück. »Zurück, Iris!« Er durfte die Magerin nicht vor sich stehen lassen, also tauschte er mit Iris den Platz und trat an den Körper der Riesenamöbel heran. Er schlug sein Schwert nach unten und zog es gleich wieder hoch. Die Spitze des Schwerts zeichnete ein klares V. Das war die schnelle Klinge, eine Technik für Anfänger, die er gerade gelernt hatte. Der schleimige Körper zerriss und platzte auf. Die Säure spritzte nach allen Seiten. »Ell?« »Nichts passiert, es hat mich nicht erwischt.« Elle richtete seinen Blick weiter auf die Riesenamöbel, die bewegte sich jedoch nicht mehr. Sie ergoss sich über den Boden und dann war sie von einer normalen Wasserflüsse nicht mehr zu unterscheiden. Elle wartete noch eine Weile, aber sie rührte sich nicht. Der Bergmann, der von der Riesenamöbel überfallen worden war, schien nicht verletzt zu sein. Elle und Iris waren wohl rechtzeitig gekommen, gleich nachdem er weggelaufen und dann doch erwischt worden war. Weil solche Vorfälle nicht selten waren, kamen die Abenteurer hin und wieder in die Minengänge und machten Jagd auf Monster. Von dem Bergmann, der sich bei ihnen bedankte, erfuhren Elle und Iris den Rückweg und so konnten sie endlich zum Ausgang laufen. Als sie den bekannten Weg gefunden hatten, fühlten sie sich sehr erleichtert. »Ich war in Panik. Ich dachte, du stirbst.« Ging mir genauso. Als er von den Tentakeln so zusammengeschnurrt wurde, hatte Elle sein Ende nah ansehen, denn es war sicher, dass ihm gleich sämtliche Knochen gebrochen würden. Ich hörte da so ein hässliches Geräusch. Auch Iris schien dieses unangenehme Geräusch wahrgenommen zu haben, deshalb hatte sie solche panische Angst gehabt. Auch Iris schien dieses unangenehme Geräusch wahrgenommen zu haben, deshalb hatte sie solche panische Angst gehabt. Elle dachte, er hätte sich nur eingebildet, aber offensichtlich stimmte das nicht. »Habe ich etwas dabei, was brechen könnte?« überlegte er. »Vielleicht.« Sein Gesicht wurde auf einmal blass. »Das hier, das Bambusrohr, das er unter seinem Panzer hervorzog, war genau in der Mitte durchgebrochen. Die Unterlagen im Rohr bogen sich und waren beschädigt. Elle und Iris schauten sich an. »Was machen wir jetzt?« Da schien ein viel größeres Problem zu sein, als sich im Bergwerk zu verlaufen. Die Metallwerke. Sie waren das Herz von Bastok. Es befand sich im Zentrum des Handelsbezirks. Das Gebäude glich einem riesigen Schiff, ein riesiges Schiff, dessen Bug sich nach Osten und dessen Heck sich nach Westen richtete. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch den Schwarzer Aschefluss, der direkt daran vorbeifloß. Übrigens, der Schwarze Aschefluss war eigentlich, der Fluss Daba. Er wurde nur so genannt, da das Wasser an dieser Stelle wegen des Rußes aus dem Bergwerk ganz schwarz war. Vom Bug bis zum Heck waren die Metallwerke so lang wie der ganze Handelsbezirk. Man kann sich also vorstellen, wie riesig sie waren. Deshalb glaubten alle Besucher, die zum ersten Mal nach Bastok kamen, die Nord- und Südseite der Stadt würden durch die Metallwerke voneinander getrennt. In Wahrheit war die Seitenwand des Schiffes genau in der Mitte durchgebrochen. Dort gab es den Nord-Süd-Korridor. Der Eingang des Schiffs, nein, der Metallwerke, befand sich ebenfalls dort. Wie ein echtes Herz, das Tag und Nacht pausenlos schlägt, kannten auch die Metallwerke keine Pause. Die Stadtbewohner waren bereits daran gewöhnt, und deshalb machte es ihnen nichts mehr aus. Aber man brauchte sich nur zu nähern, schon ertönten die Geräusche der Maschinen, die in Betrieb waren, Tag und Nacht, ohne Pause. Aus dem Erz, nachdem im Bergwerk gegraben wurde, stellte man hier tagtäglich etwas Neues her. Und zwar alles Mögliche. Von der Waffe bis zur Verteidigungsausrüstung, landwirtschaftliche Geräte wie Spaten oder Hacken, alle denkbaren Werkzeuge, Fahrzeuge wie Schiffe oder Kutschen und selbst das Flugschiff. Bastocks Ruf als Reich der Technik verdankte es der Produktion in diesen Metallwerken. Beim Betrachten der Metallwerke seufzte El schwermütig. Der Vorhang der Nacht fiel herab, und der Himmel färbte sich bereits schwarz. Da das Licht, das durch die Fenster der Metallwerke schien, so hell war, konnte man die Sterne nicht erkennen. Der stockdunkle Himmel im Hintergrund wurde durch eine Reihe von Fenstern erhellt, die den Bullaugen eines Schiffes glichen, das auf dem nächtlichen Meer schwebte. Seitdem El hierher gekommen war, hatte er schon einige Male das Flugschiff erblickt, wenn es nachts abflog oder landete, und es sah genau so aus. Die Schiffes glichen, das ist nachts abflog oder landete, und es sah genau so aus. Die Schiffes glichen, das ist nachts abflog oder landete, und es sah genau so aus.